Dienstag, 2. Oktober 2018 3.10 Uhr Druckennutzungsrechte Feedback kommentieren Die Spitzen der Großen Koalition haben sich auf ein Maßnahmenpaket gegen Dieselfahrverbote in deutschen Städten geeinigt Das teilten die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Ralf Brinkhaus und Andrea Nahles, sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach rund sechsstündigen Verhandlungen im Kanzleramt in Berlin mit Details des Konzepts für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten würden die zuständigen Fachminister im Laufe des Tages erläutern Auf die Frage, ob die Einigung auch das Angebot der technischen Nachrüstung für ältere Diesel-Pkw vorsehe, sagte Nahles Die gibt es, die Einigung Anführungszeichen Details dazu sind allerdings noch nicht bekannt Nahles sprach von einer ausgesprochen komplexen Einigung Dobrindt sagte, das Paket enthalte mehrere Elemente, die parallel oder auch alternativ zur Verfügung stehen könnten Bei dem Treffen im Kanzleramt hatte es ein schwieriges Ringen um Lösungen für Dieselfahrer gegeben Ihnen droht in mehreren deutschen Städten ein Fahrverbot Bei den Verhandlungen in Berlin ging es im Kern um neue Kaufanreize der Autohersteller von mehreren tausend Euro, damit mehr Besitzer ihre älteren Diesel durch saubere Wagen ersetzen Besonders hackte es bei dem Punkt von Nachrüstungen von Dieselautos und der Finanzierung und Haftung Wenn zum Beispiel Katalysatorsysteme nachgerüstet werden sollen Darauf hatte vor allem die SPD gepocht, da sich viele Bürger auch mit Kaufprämien kein neues Auto leisten könnten Mehr zum Thema Treffen der Koalition Was für Dieselfahrer auf dem Spiel stand Bereits nach dem Dieselgipfel von Bund und Autobranche 2017 hatten die deutschen Hersteller Prämien von bis zu 10.0 Euro aufgelegt Diese nahmen mehr als 200.000 Kunden in Anspruch, wie es im Juli hieß Dieser Effekt reichte der Regierung aber nicht Generell können Kunden beim Autokauf mit Rabatten von einigen tausend Euro rechnen Hintergrund für die neuen Maßnahmen ist zu schmutzige Luft in vielen deutschen Städten Dieselabgase sind ein Hauptverursacher dafür Daher drohen Fahrverbote für ältere Dieselabgase